Wie er wissen, ist das Vormann vom Parkspiel zur rassistischen Leidigung gegenüber uns nicht wiedergekommen. Dieser Vorfall hat uns als Mannschaft sehr beschäftigt. Uns ist bewusst, dass dieses Problem ein fehlender Ort auf uns in Dresden immer wieder auftreten könnte und wir wollen uns deshalb auch jetzt thematisieren. Michael M.V. hat dem Spiel die richtige Antwort gegeben und darauf sind wir sehr stolz. Wie er einzigartig bekommt, dass es kein wahrer Leben gibt, was er leichtfertig von sich gibt und wie er der Partner, sein Umfeld, sein Verein und seiner Mannschaft gegenüber gerecht wird. Nehmt nützlich und unterstützt uns und den Fußball mit fairen und legalen Händen. Stellt euch den feilschädigen Verhaltensweisen und die menschenverachtende Dummheit und Rassismus. Wer das nicht beherzigen kann, macht sich negerlich und ist gegen uns als Anstrengung und gegen Führung und Rassismus. Hier wird sein Vorfall und wir sind stolz. Danke. China! India! India! China! 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 China!